Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Grounded. Ich habe genug Smoothies, mein Werkzeug geht bald drauf und ich muss die Spinnen und Fäden mal erforschen. Die hier. Basketball, hopp. Okay. Und für einen Wassersammler brauchen wir ja E5. Wir haben erst vier. So. Mein Werkzeug ist gleich komplett kaputt, sehe ich gerade. Also geben wir mal das hier. Brauchen wir nicht, aber hier brauchen wir das. Das da. Craft. Einen neuen Spieger. Eine neue Axt. Wo ist er denn? Den gehen wir weg. Yes. Yes. Jetzt schauen wir uns noch kurz mal die Rüstung an. Wenn ich zum Beispiel... Ja, Head habe ich gerne. Die Fass habe ich auch gerade anders verbraucht. Was macht denn der Scrub? Das gibt nur mehr Stamina. Und die Ladybugs? Die Fans. Okay. Also brauchen wir noch mehr. Noch mehr. Die Steine kommen mal nicht. Daher. Daher. Ich könnte mal was trinken. Zum Essen wäre auch nicht verkehrt. Gut. Gut. Ich meine, wir wohnen gleich neben dem Essen. Also darüber brauchen wir uns keine Sorgen machen. mehr. Na drin. Ah. Ja. Ich bin ganz oben. Ja. 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 kein einziger ame ist unterwegs was ist denn los ist gar nichts unterwegs so das da machen wir mal weg den stamm nehmen wir auf jeden fall mal mit das geben wir hier auch mal weg das hier gehen wir auch mal weg hier nehmen wir alles mit was geht ja und genau deswegen wollte ich da weg die vernichten einem nicht die basis kommers nach kommen kommt ist jetzt da unten da ist sie Bleib auf dem Ast da. Uh-huh. Eine weniger und noch eine weniger. So und bei meiner Basis, da waren gerade, ich weiß nicht, 5 oder 10, falls ihr es gesehen habt. So, ich muss mich aber jetzt mal schnell entladen. Was kann ich die nicht aufnehmen? Ups. Geh mal da rein. Da waren die, da können wir zwar dann Smoothies oder was draus machen, aber so, jetzt kann ich die aufheben. Keine Ahnung, wo dieser Perling soll. Einmal ausleeren. Keine Ahnung, keine Ahnung, gut. Also, was haben wir denn hier schön, dass Steine einen ziehen. Hier, ne, da ist noch nicht die Tiere. Blütenblätter. Da sind die Tiere, oder genau, eine Nuss. Zwei davon, zwei davon. Okay, dann gehen wir mal da rein. Ich könnte mir auch die Pfeile eigentlich rein tun. So, trockenes Gras. Ist das nicht irgendwo anders? Da eben. Gut. So. Wenn wir noch mehr von dem Zeug wollen, dann weiß ich jetzt, wie wir müssen. Kommt da echt nur die eine? Is das nicht toll? Na. Oh ha. Oh ha. Oh ha. Oh ha. Oh ha. Okay, also so kann man sich die eventuell holen, aber einzeln ist halt auch mühsam. Aber gut, einzeln überlebt man es. Da steht nochmal vier oder fünfer. Zwei Komma. Zwei Komma. Zwei Komma. ... ... ... ... ... ... Oh, 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 oh. Na komm her. Jetzt bleib da, du brauchst jetzt nicht abhauen. Du hast... Äh, ich esse... Immer schön die Peile wieder einsammeln. Man bekommt fast alle wieder. Nur einzelne verpacken sich manches Mal. Ja. 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 Sehr gut. Okay, so kann man zumindest jagen. Was, habe ich jetzt schon wieder? Hunger oder Durst? Durst. Äh, Sex. I mean, this is probably what bottled water is. Dann kurz schon. Hm, hm. Gott, da nehmen wir halt die hier rum. So, die Viecher können wir jetzt auf jeden Fall auch da dazulegen. Ja, Meiser. Mist, bleib da. Ja, Meiser, ich noch yut mich hören, Paul. Hm, hm. Sehr gut. Die sind gar nicht so stark, die Ameisen. Aber ich glaube, die hat mir jetzt auch nicht das gegeben, was ich gerne suchen würde. Schauen wir mal, die gaben ja nur Parts. Mist. Ich bräuchte an den Ameisenkopf. Wasser würde ich da drüben, glaube ich, kriegen. Also frisches Wasser, oder? Nee, ich würde sagen, doch lieber andere Richtung. Da drüben sind auch Blumen. Da haben wir Nadeln. Ich habe dir keinen Wasser. na gut dann immer nektor nein die spinne habe ich nicht gesehen da war keine spinne ok dann würde ich sagen in der nächsten folge gehen wir dann endlich mal questen was bräuchte ich denn warte mal was für eine rüstung habe ich jetzt an ich habe die akkon test plate was bräuchte ich denn für die akkon helme machen wir wenigstens doch den die fass mist müsste ich mir schon wieder rote tierchen holen da waren wir gerade erst okay gott 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 Naja, die haben sich aber schon wieder erholt, gut dann kommt es mit, die Zeit sind nämlich wenigstens weg No Okay, normal bleiben die nicht so ruhig sitzen. Ja. Wo bin ich denn da jetzt gerade hinkommen? Wieso bist denn du schon wieder vollständig? Schon wieder voll. Gut, haut's ab. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Oh man, okay. Okay, genug Laufen. Ich will keine Laufen mehr. Also ich hatte glaube ich vorhin 80 Pfeiler. Ich bin mal gespannt, wie viel ich Nahrung gleich habe. Gut, den einen da unten schenke ich euch. Hallo Omeisen. Also ich meine, es ist schön, dass die nicht ewig in dem Tier drinstecken und dass man es wirklich zurückkriegt. Oh, das Einsammeln ist halt nervig. Wobei ich schon gehört habe, der andere Bogen macht mehr Schaden. Muss ich nur noch 20, 40, 60 A, ja, wir haben eh fast alles. So, rein da. Rein da. Da haben wir noch mehr Parts, das ist auch schon mal was. Das müssen wir bald reparieren. Cool. So, und dann würde ich sagen, dann war es das für heute. Ne, wir haben noch eine Stunde Zeit. Gras holen. Oh, da sind noch mehr. Okay, wir lassen es. Wir haben noch mehr Cars. Das war's für heute. Irgendwas hört man da hinten, aber ich weiß nicht was. Wahrscheinlich eine der Spinnern. Habe ich irgendwas für ein Smoothie? Nein. Ich bräuchte zwei davon, weil der Bogen braucht zum Reparieren. Repair, genau, zwei Feiber. Sehr gut. Das finde ich halt angenehm an dem Bogen, er ist ja schnell repariert. Ich bin durstig. Ja, na gut, dann trinken wir mal das da. Und jetzt ist nach 20 Uhr, das hast du können schlafen. Und damit sage ich gute Nacht, bis zum nächsten Mal. So, zuerst absperren und euch sage ich mal tschüss.